Rund zehn Jahre nach seinem Bestseller und plötzlich guckst du zum lieben Gott, die zwei Leben des Horst Lichter, legt TV-Koch und Publikumsliebling Lichter seine neue Biografie vor. Da fragt man sich natürlich schon, was soll denn jetzt noch kommen? Hat Hotte uns etwa nicht alles erzählt? Gibt es tatsächlich noch ein drittes Leben in diesem einen? Ja, das gibt es wirklich. Mit dem Tod seiner Mutter 2014 hat Horst Lichter angefangen, seine Geschichte neu zu schreiben. Denn ihm ist wieder einmal klar geworden, das Leben ist kein Ponyhof. Und endlich! In diesem aufrüttelnden Buch erzählt Horst Lichter von seiner bewegten Lebensgeschichte und was ihn zum Umdenken gebracht hat. Warum es so wichtig ist, sein Leben in die Hand zu nehmen, es bewusst zu leben und seinen Humor nie zu verlieren. Keine Zeit für Arschlöcher. Hör auf dein Herz. Die neue Biografie von Horst Lichter. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020